Hi, ich bin's Ken, willkommen bei JambaTV. Ich freue mich drauf, euch heute ein paar Sachen aus meinem Privatleben zu zeigen. Es geht um erster Linie jetzt heute um mein Fitnesstraining, denn bald bin ich live auf Tour und dafür muss ich meinen Körper fit halten. Und ich würde sagen, ihr kommt mit und schaut euch das alles selber mal an. Check it out. Die meisten kennen mich noch von Overgrounds, jetzt bin ich aber solo unterwegs und bringe meine neue Single raus. Dafür muss ich mich sehr fit halten und ich zeige euch, wie ich trainiere, wie ich meinen Körper fit halte, wie ich sexy bleibe und deswegen würde ich sagen, kommt ihr mal mit mir. Check it out. Hey, Marc, alles klar? Bei dir? Ja, bei dir gerne. Ja, wie geht's dir? Super, mal weiter. Heute wird Gas gegeben, ja? Ja, ich werde dir dann wieder an mir. Ja, ich werde auf jeden Fall heute den Leuten da draußen mal zeigen, was abgeht. Okay, gut. Dann zieh ich um, bewerben es auf und dann Hauptprogramm. Alles klar, bis nachher. Ben, Zeit fürs Geld. Ist es soweit? Ja, ich bin gleich fertig. Einen ganz kleinen Augenblick. Ich muss gerade noch mein T-Shirt anziehen und dann kann es uns schon losgehen. Finde ich super schön, dass wir heute die Chance haben, mal hier ganz allein in deinem Fitnessstudio zu trainieren. Ich bin neugierig. Was hat sich geändert bei dir? Was warst du vor dir ab? Ja, ich hatte sehr viel zu tun in den letzten Wochen. Ich habe mich versucht, einfach fit zu halten mit der entsprechenden Ernährung, dass ich halt einfach körperlich da fit bleibe. Und jetzt wollen wir mal versuchen, hier ein bisschen mehr Gas zu geben, weil die Single kommt jetzt auch. Ja, okay. Und die Leute, die das Video sich angucken, die werden ganz deutlich sehen, dass sich da was verändert hat. Ich bin neugierig. Ich bin neugierig. Ich bin neugierig. Ich bin neugierig. Bis zum nächsten Mal. So, bis hierhin haben wir uns jetzt erstmal aufgewärmt, jetzt kommen die Gewichte an den Start und ich versuche jetzt erstmal meine Brust ein bisschen auf Vordermann zu bekommen. Und da benötige ich erstmal ein bisschen Hilfe von meinem Personal Coach. Hilfst du mir mal ganz kurz? Dankeschön. Wollen wir mal loslegen, ne? Okay, zeig's mir. Ah, gib mir die D go. Okay. On, on. Oh, das meine ich nämlich. Und jetzt ist hier, ne? Der Tiger in mir. Ja. Jetzt bin ich stark, jetzt bin ich bereit für meine neue Single. In der nächsten Folge von Can is Back seht ihr Can hautnah beim Fotoshooting. Can is Back. Exklusiv bei Jamba TV.